Ich bin Dan Tracy, Direktor von IBL, Internationale Bibelehrdienst, Derek Prince Ministries in Deutschland. Ein Augenmerk von Derek Prince ist die Tatsache, dass wir überwinden durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses. Das bedeutet für Derek nicht nur die Tatsache, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass sein kostbares Blut uns reingewaschen hat von aller Schuld, dass das die Überwindung schlechthin ist für heute und morgen und in aller Ewigkeit. Er sagt aber auch, es ist nicht nur durch das Blut Jesu, sondern auch durch das Wort unseres Zeugnisses. Und dieses Wort für Derek bedeutet, dass wir bekennen und laut aussprechen das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Das ist die Kraft des Proklamierens des Wortes Gottes. Denn nur Gottes Wort allein ist lebendig und aktiv und schärfer als jeder zweischneidige Schwert. Es dringt durch und es trennt Mark und Bein, Geist und Seele und es offenbart die tiefsten Motivationen unseres Herzens. Und die Bibellehre von Derek Prince führt uns immer wieder direkt in Gottes Wort hinein und hilft uns, es zu verstehen und es praktisch in unserem Leben umzusetzen. Mein Anliegen ist, dass wir alle gemeinsam am besten zugerüstet sind, um als Botschafter und Botschafterinnen an Christi statt angemessen den Reich Gottes zu vertreten. So lass uns doch unseren Platz einnehmen in Gottes Plan. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jun. Untertitelung des ZDF, 2020